2, 1, 3, 4 haben sie gesagt, ne? Also dafür ist die 2, 1, 3, 4 nicht. Kannst du den roten Hebel umlegen? Ich würde mal mein Bestes versuchen. Ah, jetzt kann es repariert werden. Das ist besser so. Ah. So. Jetzt können wir mal am Fettze gucken gehen. Das Wort stimmt nicht überein. So ist das wahrscheinlich schon geändert. Das ist ich doch nicht. Den Zettel kann ich nicht drehen. Hmm. Leer. Wofür ist der Schlüssel? Hast der Schlüssel oben bei dem Schloss? Ne, da ist ja bloß Zahlenschloss. Ich dachte, hier wäre noch... Hmm. Hier, Co? Ne. Ich gehe da gar nicht erst dran. Oh, hier liegt was. Ähm. Die 2. Die 1. Also 1. Der kommt von hinten. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Twitter. Da macht er mir wirklich ein Twitter auf. Ja, lol. Mr. Reds an den Sicherheitsoffizier. Achtung. Für den Zeitraum der Forschung sollen alle Einfahrten zur Stadt gesperrt werden. Niemand darf nach Redcliffe einfahren oder es verlassen. Ich denke mal, hier wird er mir Instagram aufmachen. Was ist denn das? Kein Netzwerk. Facebook, Alter. Geh mir weg. Macht er mir hier Instagram auch auf? Ja, der macht mir Instagram auch auf. Break or Die? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Okay. Ach, hier können wir noch weiter rüber gehen. Passwort zum Dachschloss. 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. Ähm. Irgendwelche Kabel und Röhren. Ich glaube nicht, dass wir es berühren sollten oder so. Das Kabel. Na komm. Ach so. Okay. So, rein theoretisch haben wir ja jetzt irgendwas hier hergestellt. Ich weiß bloß noch nicht was. So, jetzt dürften wir ja eigentlich schon wieder. Oh, hier ist eine Cam. Ich weiß nicht, was ich dort oben herge... Ich weiß nicht, was ich da oben hergestellt habe. Ach so, das war direkt die Cam, die wir hergestellt haben. Aber was bringt uns diese Sicht jetzt? Ach, hier. Hier. Schranke öffnen. Die Straße ist frei. Es ist Zeit zum Auto zu gehen. Schranke ist oben. Zum Auto zurückkehren, um das Level abzuschließen. Hm. Falls ich hier oben sterben sollte, sagt das. Aber momentan stand ja da bloß der Pille-Palle-Text da. Rein ins Auto. Run. Der Eingang zur Stadt war blockiert. Was ist hier los? Kann ich nochmal zurückblättern? Autoren. Alexandro Larko. Okay. Wir haben... Okay, Prolog spielen. Boah, man kann die ganzen... ganzen Kapitel dann später nochmal spielen. Ja, nice. Haus des Vaters. Während der Fahrt durch die Stadt hast du keine einzige Person getroffen. Die Stadt scheint leer zu sein. Ebenso wie das Haus. Und dass du kommen solltest. Ich bin kein Waschbär. Ohne Leiter. Zu hoch. Weiter. Was sind das hier? Jetzt kann ich klettern. Das ist schön. Warum liegt denn der Briefkasten hier oben? Ein Schlüssel. Okay. Äh... Dann können wir eigentlich wieder runter. Wenn wir jetzt den Schlüssel haben, kommen wir bestimmt zur Tür. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Scheint etwas hinter dem Sofa zu sein. Scheint etwas zu sein, womit man diesen Flecken, äh Flicken oder was? Verschneiden. Wir haben jetzt nichts zum Zerschneiden. Was ist ein M? Gefällt dir nicht? Was ist das? Noch ein Schlüssel. Ich glaube eher, dass hier irgendwas passiert ist. Wenn es schon heißt, die Stadt ist verlassen. Buch gefunden. Kleiner Stapel. Noch ein Buch gefunden. Warum sollen wir hier Bücher sammeln? Achso, dort brauchen wir irgendwas, um da reinzukommen. Hier geht's nach außen. Wo geht's denn hier hin? Oh mein Gott. Die Frucht sieht verdorben aus. Das Zimmer nochmal. Was, was, was? Achso. Äh, warte, warte, warte. Ich glaube, wir kamen von hier. Wir können mal drehen. Oh. Wir brauchen vier Bücher. Verschiedene Bücher zur mathematischer Analyse. Physikbücher. Er scheint zumindest sehr gebildet zu sein. So, jetzt müsste man eigentlich, oder kann ich den Teppich? Nee, damit kann ich nichts mehr machen. Also wir müssen uns mal merken, es ist cool, wie die Mechanik ist, mit dem Räume drehen, aber ich glaube, das könnte zur... sehr schwer sein, sich irgendwann hier zurechtzufinden, gerade wenn die Areale größer werden sollten. Oh, hier ist ein Buch. Wir haben eh ein Messer, wir können das an der Kroatsch... Das ist... Kennst du nicht, wie hier damals diese ganzen Lexikas, wo die Buchrücken auch alle gleich aussahen? Wo das hier so ein 150-spännlichen Brockhaus dastehen hatte, die alle gleich aussahen? Aber hier, das muss man uns mal merken. 9 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. 9, 3, 6, 9. Weil da hatten wir ja auch was. Prestige-Objekte, ja. Die musstest du haben, wenn du was vorzeigen wolltest. Gab's bei mir zu Hause nie. Hier hat man es nämlich... Neun. Na komm. 3, 6. Ähm. Eine Pistole. Der Vater hasst doch die Waffe. Wozu braucht er das? Die Beleuchtung ist wichtig. TV-Kanäle. 2, 3, 4, 2, 1. 5, 6, 3. 3, 4. 2, 2, 1. 5, 6. Hm. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da noch rausdrehen. Aber jetzt gehen wir erst mal hier bei der Couch gucken. Wirklich. Ich dachte ja sonst was krasses dahinter. Es ist bloß so ein pille-palliges Dorfbuch. Ja, mei. Das ist ja nur... Ich weiß gar nicht, wie teuer das Spiel ist. Es ist halt nur eine kleine... Hä? Warte, 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 warte. Ach nee, hierhin muss ich. Kann das sein? Ach, da hin. Ich glaube, es ist keine... keine sonderlich teure Produktion. Ich habe einen Schlüssel. Stimmt. Mal gucken. Dafür ist er nicht. Von da kommen wir. In der Küche hat man, glaube ich, auch schon alles abgesucht, oder? Kühlschrank? Hm, erfrischend. Hm, erfrischend. Hm, erfrischend. Erstmal ganz im Kühlschrank leeren. Eisfach. Oh, Pizza. Sausage. Okay, den hat man schon gut, dachte ich. Ich mache mal den Kühlschrank wieder zu. Der muss ja nicht abpauen. Hm. Hm. Bei der Tür. Bei der hat man es, glaube ich, schon probiert, ne? In der Küche war man, also ist bloß noch die Tür übrig. Ach nee, ich muss das... Ah. Wir haben immer noch den Notebook und das Ding. Oh, ein Buch. Oh. Oh. Oh.